Robby darf wieder zu Hause einziehen. Und es passt alles perfekt. Robby wird wieder an seiner Station geladen. Dann hilft es immer mal zu gucken, was Robby da so sagt, weil ansonsten sieht man auf der App, Robby benötigt deine Aufmerksamkeit. Hier noch angehoben. Ja, okay, habe ich gemacht. Und immer schön die Play-Taste drücken. Das ist bei Robby so ein Ding. Immer einfach die Play-Taste drücken. Das hilft immer, besonders bei der smarten Variante. Das Ding ist jetzt geparkt. Das Display hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich weiß gar nicht, warum da immer blaue Schrift ist. Wer sich das ausgedacht hat. Naja, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.